Das würde mich jetzt in EA anmelden. Scheiße, was ist mein Passwort da? Sozusagen Kiwi D Games, wo wir in der Zukunft zocken, das sind nur von EA und das ist halt abfuck, ja. Unreal 2. Fertig. Die EA App muss neu gestartet. Ich habe so lange kein EA mehr aufgemacht. Kiwi, du hast noch mal was bekommen von mir. Ich habe noch mal was bekommen von dir. Ich habe dir noch mal was geschenkt. Danke, Patti. Wo sehe ich denn das noch mal, wenn mir jemand was geschenkt hat? Hier. Ich weiß nicht, denkst du? Ich habe das rein theoretisch. Ich habe ja den Game Pass über Xbox, da habe ich es kostenlos. Was sagst du mir jetzt? Du hast mir nicht gesagt, dass du mir das kaufst. Entschuldigung. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das, wenn ich das von Steam aus starte, wenn ich das von Xbox aus starte, ob man das, ich denke schon, dass man das zusammen spielen kann von da aus, oder? Das ist auch von EA. Okay, dann soll es aber spielbar sein. Also, weiß nicht, was denkt, was passiert, wenn ich gesagt Geschenk ablehnen? Oder es ist noch im Game Pass, oder? Warte. Weil ich habe ja gesehen, das Spiel kostet zum Thema 40 bis 50 Jahre und jetzt ist es einfach für 12 Euro drin. Moment, ich gehe kurz in den Game Pass rein. Also in die Xbox-Dings da. Oh, so viele Programme öffnen, Alter. Jetzt vorinstallieren. Yay! So, äh, it takes two. Ja, spiel mit, spiel mit Game Pass, ja? Ist das noch im Game Pass drin? Okay. Ach komm, ich nehme es halt einfach an. Dann habe ich es halt. Äh, ja, gut, okay. Ähm, nämlich jetzt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn ich sage, ich lehne es ab. Ehrlich gesagt. Ähm. Keine Ahnung. Hätte ich auch nicht gewusst. Nicht, dass es jetzt irgendwie doch rausgespissenes Geld gewesen wäre. Ähm. Äh, 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 EA, wolltest du nicht irgendwie nochmal deinen Browser neu starten oder so? Bibi, kennst du auch das Game Cuphead? Ja. Party, komm, bitte komm nicht auf den... Ich werde das... Das werde ich niemals anlangen, dieses Spiel. Nein, Cuphead, nein. Sie kennen Cuphead. Ich kenne Cuphead. Und nein. Nein. Never, ever. Niemals im Leben werde ich Cuphead anfassen. Warum nicht? Nein. Ach komm, Kiwi, für mich würdest du das doch machen. Nein. Komm, so Kiwi. Haben wir nicht einen theoretischen Cuphead? Typ drüben, hallo? Dave? Ja, ich hab das. Ja, wir haben Cuphead. Über Steam, oder? Weiß nicht, hört's mich? Hört's mich nicht? Ich bin irritiert. Ja. Okay. Also, wenn du mir das kaufen möchtest, nicht kaufen, wir haben das. Okay. Okay. Ich hab es durch... Ey, Kiwi. Cuphead, wir zwei in einem Film. Locker. Locker. Kiwi, ich habe in Cuphead fast 70 Stunden. Das freut mich, dass du das hast. Sehr. Kiwi, ich habe es mit Wani durchgespielt. Das schaffen wir. Mhm. Konto verknüpfen. Ionia, ich glaube, das weiß sie, aber... Wirklich, ich meine, ich zwinge zu Kiwi nichts, aber ich sag halt so als Spaß mit ihr, das wär so ein Funny immer. Das weiß sie, aber... Kiwi weiß, sie muss nicht irgendwas sagen, wenn sie's nicht möchte. Er zwingt mich nicht, natürlich. Ich merke, wie ungezwungen ich bin. Was, wo zwinge ich dich? Ah! Also, das ist ja jetzt eine Frechheit, was mir hier vorgeworfen wird. Ah, Mann. Ähm. Ich hab... Oh, oh, startet. Oh. Hilfe, es startet tatsächlich. Hilfe! Ah ja, und... Genau. Kiwi, am Winter, hoffe ich, hast du auch Zeit. Da müssen wir die neue Strecke von Mario Kart zocken. Ah, das ist, das ist okay. Sollte normalerweise gehen. Weil wir kriegen, wir kriegen vier neue Charaktere. Vier? Donkey, äh, Didi Kong, Funky Kong, Pauline und Toadette. Ah, Toadette, na dann. Und, und wir kriegen vom Mario Kart Wii die Daisy-Piste. Pichet. Pichet? Was? Hilfe! Ja, gut. Warte mal, wo haben wir denn das Spiel? Da, Steam. Oh. Ey, Leute. Das müssen wir uns geben. Kiwi. Du, jetzt komm bitte mal. Hilfe! Ah ja, ich wurde heute von Emily so gefragt. Aber ich habe ihr gesagt, ich weiß nicht, ob Kiwi sich das antun möchte. Emily hat direkt heute wieder gefragt. Und, gibt es heute mit Kiwi wieder Overwatch? Uh, Overwatch. Ja, sollte man eigentlich wieder, ne? Ja, eigentlich so. Nur Kiwi, äh, Emily, du weisst ja, Tiki, die hat mich heute gerade wieder gefragt. Und, gibt es halt wieder Overwatch mit Kiwi? Äh, ja, Overwatch. Sollte man, unbedingt. So, wie im Spiel, wie macht man es denn? In deinem Verlieren? Warte mal, ich muss jetzt sowieso selber gucken. Nein, warte mal! Warte! Halt! Stopp! Spiel! Halt! Spiel! Ah! Ihr startet irgendwas wieder. Stopp! Lass mich zurück! Spiel verlassen! Warte mal! Oh no! Warte mal! Zeig zum Startbildschirm! Alter! Mach das doch nicht so, alter Bruder! Okay! Bei mir... Ich warte kurz auf deine Einladung. Dann hole ich mir kurz was. Dann hole ich mir kurz... Wie mache ich denn eine Einladung bei dem Spiel? Ich habe bei dem Spiel keine Ahnung, wie man jemanden einladet. Ist das dein Ernst? Ja, ist es! Wie soll ich das wissen? Weiß nicht! Du hast es schon mit anderen Leuten gespielt! Ja, aber das hat immer... Hanami hat mich immer eingeladen. Rechtliche Vereinbarung. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie die das gemacht hat, weil ich kann nur auswählen und zurück... Weiß nicht. Und ich kann einen Speicherplatz auswählen. Wie mache ich denn das? Muss ich das... Weiß nicht. Un..... Von invis... To... Ehhh... Freunde? Bock! Ich bin sofort da... Ich hole mir kurz eine Imp Delete. Jawoll... Freunde! Einladen! Shareplay Kannst du zusammen mit deinem Freund Lokal Ja, bin ich lokal Ich will einen einladen Was heißt ja doch Hi Hi Ja, bitte Was möchtest du tun? Das war auch falsch Wie geht es jetzt um das Steam-Manü auf? Das Spiel Ja? Ich lege das Spiel kaputt Das dauert nur einen Moment tatsächlich, bis man drin ist Ja Und jetzt? Ja? Oben Ziehen Das bist du Tatsächlich hätte nur Patti das Spiel gebraucht Okay, nur Patti hätte das Spiel gebraucht, okay Habe ich dir eine Einladung geschickt? So, bin wieder da Hast du eine Einladung gekriegt? Ich guck jetzt Ähm Nö 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 Nichts bekomme irgendwie Hä? Freund einladen Party Bestätigen Ah, ich habe sie eingeladen Ich habe sie eingeladen Ich habe sie eingeladen Und jetzt? Kannst du die Leute einladen? Anscheinend, ja Aber Unreal Engine 2 Streaming von Desktop Was? Nein Was? Achso Ach was Okay Und jetzt? Mach ich was? So Kann ich eigentlich noch Einstellungen machen Wegen Sound oder so? Ne Bist du jetzt auch im Ding drin? Also ich bin drin Bei mir steht Halt Verbunden Sie sind jetzt mit dem Computer von Kiwi verbunden Und Spiva über Steam, ja Okay Dann mache ich mal Neubeginn So Fortfahren So Mal gucken Zu neuen Ufern Der ist jetzt auch ein Chef? Ja Arme kleine Wollsocke Huh Huh Zwinker, zwinker Zwinker, Zwinker, Zwinker. Kaputt? Ja. Ui, hallo. Das ist cool aus dem Nichts, aus dem Koffer. Blauer. Aha. Ui. Verbunden. Ah, Bardi. Okay, Spieler 1, Spieler 2. Stell dich neben deinem anderen Spielcharakter und halte Druck, um mitgenommen zu werden. Ah! Manche Objekte können geschoben werden. Schön, ich lass einfach Patty die ganze Arbeit machen, find ich gut. Ja, okay, dafür hab ich das Spiel gekauft. Ja, aber... Achso, ich kann jetzt einfach so drücken und ich kann jetzt springen. Um einige Herausforderungen zu kooperieren, musst du kooperieren. Ja. Warte, wie machst du das mit den Fäden? Dann drücke. Wenn du benutzt, Zeitlupe aktivieren. Zum deaktivieren. Warte mal! Wie komm ich hier weg? Okay. Okay. Drücke. Aha. Kann ich mal irgendwie einen Doppelsprung oder so machen? Oder so? Hä? Warte mal. Wie ging das jetzt nochmal? Stell dich mit... Hä? Okay. Drücke, um in die Hinweise zu plättern. Vielleicht gibt es keine Hinweise. Okay. Ich versteh nur Bahnhof. Im Menü? Ah! Wow, das ist ja viel, was ich ändern kann. Oh yeah! Machen wir es noch verwirrender. Haha. Okay. Jawohl. Nein! Tastaturzuweisung. Steuern. Gameplay-Einstellungen. Gameplay-Einstellungen. Checkpoint. Neu starten. Okay. Dann... Kann ich einfach auf B zurück? Okay. Perfekt. Ich bin lila. Boah. Schön. Södle. Höher und weiter zu springen. Ich komme hier nicht raus. Ah! Gedrückt. Halt mein Lieber. Ja. Okay. Hä? Oh, jetzt kommt schon wieder die Scheiße. Ah! Komm! Fällt dir so gut an. Äh, drücke, um Hallo zu sagen, probiere. Äh, hä, hä. Und raus. Und andere Reaktionen herauffordern. Okay. Ha. Okay. Okay. Aha. Schön. Du kannst von Wänden abspringen. Du kannst von Wänden abspringen. Ja. Okay. Das ist doch nach meinem Geschmack. Ich glaube, da rückt sich Kiwi nicht so. Wenn du an den Wänden springen kannst, du herunterrutschen und um zu einem beliebigen Zeitpunkt abspringen. Cool. Du kannst am Kahn gar nach oben und unten klettern. Okay. Ach so. Du kannst das Lässe benutzen, während du springst. Drücke H und Halt. Ah, gedrückt. Ja. Perfekt. Oh, ich sehe schon, die Physik verhält sich viel besser. Na. Kommst du hoch? Ach so. Das ist doch so. Woh! Junge, als Sie in diese Seite vom Geist, schweige Geist, schweige Geist, schweige Geist. Das ist schwierig. Ich verstehe dir zu mir. Das ist eine große Schweige Geist. Ich kann keine Sähe. Wie ist denn das? Ich verstehe. Ja. Wie geht es Food dazu. Du kannst sie auf den E-Bis. Ich verstehe. Oh nein! was wenn du abschnitte schwierigkeiten hast kannst du dir die hilfe holen die hilfefunktion okay es gibt doch eine hilfefunktion das war um sie moment oder kann ich mich mit oder kann ich mich auch irgendwie hochklettern lassen du kannst auch irgendwie hochklettern bei mir okay du hast du da rein du hast du da rein du hast du da rein Jetzt. Mensch, mach mir die Dinge hier kaputt. So, okay, ich muss halten. Ja. Achso, muss ich jetzt. Ah. Okay. Musst du kooperieren, ja? Wir müssen kooperieren. Du kannst nach oben durch dünne Objekte hindurchspringen. Ah, okay, verstanden. Okay. 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 Oh, cool. drücke ist befestigung drücke ich so eine befestigungspunkt um einen knot zu knüpfen zwischen befestigung drücke ich so ein befestigungspunkt tippe meine stelle auf b um den letzten zu lösen drücke lb und drücken das drei hinweise jeder hinweis bietet mehr informationen als der vorherige du kannst dich hin hinweise drückt werden auch von den tippen ok warte mal was ist das das objekt über brücken schieben was kann das ich weiß nicht muss mir wieder so ein knoten machen machst du auch mal ein knoten ich verstehe mit parti komm mal mit ja oder kannst du das mal hoch schieben nein nach oben in die richtung ich habe nicht mehr so viel in die richtung wo ich schieben möchte genau ein stückchen so und jetzt schießen wir in die andere richtung genau perfekt sehr gut so okay äh ich werde na Kommst du? Patti? Ja. Ah, du bist noch da, gut. Ja. Ach so, jetzt wahrscheinlich wieder so ein Band. Ne, hä? Moment. Doch, es geht. Jetzt musst du, glaube ich, ein Band machen. Einmal. Au. Ah, okay. Hat es ungekloppt. Hä? Ah. Na, warte. Jetzt. Und B, lösen. So, wann haben wir das erste Kapitel fertig? Weil ich würde dann eigentlich auch langsam gerne im Bett fertig machen. Wie lange dieses eine Kapitel noch geht? Da ist der Anfang. Das ist ja erstmal noch die Erklärung. Äh, der Scan zwischen den Spielcharakteren geht, außer wenn sie zu weit voneinander entfernt sind, hat sie LT gedrückt um dann zu klettern. Okay, so funktioniert das. Ihr glaubt. Äh. 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 L.T. fest und schwinge unter den anderen Spielcharakteren. Hä? Warte mal L.T. Ah doch. Oh. Ah ok. Verstehe. Genau wie bei Fred & Fred. Ich muss erst wieder klarkommen. Also ich glaube da ist das Schwingen ein bisschen anders da. Moment. Ich glaube du. Ah ja genau. Du musst mitbringen. Genau. Ja. Ich weiß nicht wie weit runter klettern kannst du eigentlich mit dem Seil. Ok stopp. Ja bisschen hoch. Nicht so weit hoch. Du kannst doch bestimmt so weit. Genau. So. Ok. Moment. Ah ok. Ok das geht viel besser bei Fred & Fred. Ja und da musst du drauf kommen. Jawoll. Perfekt. Wie kannst du. Was? Upsi. Was war jetzt grad? Oh. Wir relief doch according an N плюс, Oops. Was? Was? Wir machen auch gleich funktioniert. Wir müssen oder die ZD net darauf ausw guidance boteln. Was? Wir müssen das Leben zu kostenproies auch machen. Und wir. Wir machen würde oft danach lassen. Wir haben dasこれは lustwhob ist. Da geht er direkt wieder rauf immer, okay, warte, nein, oh verdammt. Ja, okay, es ist ein bisschen anders, aber es ist so ähnlich, also wie Pride of Freight halt. Ja, ein bisschen. Oh scheiße, Controller. So. Du kannst, er wird schon Zeit, Zeit zu verlangsamen. Ja, okay. Ah, ups. Nein, ich wollte nicht laufen. So, 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 so. Oh, das ist interessant. Ach, da, warte mal, das heißt, noch weiter runter, okay. Wow, oh, der ist gut. Genau, so. Jetzt kann ich mich einfach... Ha, ha, nein! Ha, ha! Es ist rutschig! Scheiße, du hättest direkt springen müssen. Hä, warum bin ich jetzt? So, das heißt, ich springe wieder runter. Okay, irgendwo hänge ich fest. So. So. Das heißt, ich mache jetzt wieder den Sprung. Ach so, das ist gerade zu kurz. So. So. Und jetzt mache ich wieder das. Na? Na? Nicht springen! Ja. Ja, Leute, heute schaffen wir nur das Tutorial. Ja, ich werde auch langsam müde. Wirst du, oder wie? Ja, ich werde müde, ja, ja. So. Ja, ich weiß nicht, wann du die nächsten Tage wieder Zeit hast. Ja, müssen wir gucken. Ah, als ob. Das ist immer noch. Okay. Nein, bleib auf, bleib um. Bro, warum haltest du dich nicht? Rüchter! Und was hängt? Und was liegt? Echt jetzt? Ich komme da. Ah, doch. Nein. Nein. Du musst direkt springen. Hm. Jetzt musst du oben, glaube ich. Ja. 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 Ey, warte mal, du kannst das Gerät zwingen, wenn du... Ey, muss man vorne nochmal zwingen? Ey, bin ich jetzt blöd? Das habe ich ja vor, vor, keine Ahnung wie viel, zwei Wochen mit Anami gespielt. Wie kann ich das nicht mehr wissen? Warte mal. Ione weiß, du es noch? Kann ich nicht sein. Kann es sein, dass ich mich allgemein irgendwie einmal rumsteckeln muss oder so um das Ding? Oh, ich stehe. Ich stehe. So, geht's? Ihr wartet einfach mit rüber. Nein! Okay, dann doch nicht. Weiß ich, fangen wir rauf. Nein, keine Ahnung. Ja, nein. Ich glaube, für die ist es noch zu lange, Eone, ja. Alles gut. Okay. Na? Okay, das ist zu weit. Na, was soll denn die Scheiße? Lauf nicht so viel. Du darfst nicht zu weit runter. Da kommst du nicht durch. Ach, komm. Na, komm. Irgendwo bin ich doch gerade. Nein! Wie habe ich das denn vorhin gegeben? Ich glaube, das war einfach nur gebackt, aber... dann rutscht der da sofort runter. Okay, das heißt, warte mal, ich darf jetzt nicht springen, oder? Okay, du bleibst oben, warte mal. Okay, du bleibst oben, warte mal. Mal kurz wieder hoch. So. Kannst du irgendwie dich rum... Also so rum schwingen? Versuch mal zu schwingen. Nein, halt, mach dich wieder runter. Versuch mal zu schwingen. Noch weiter runter. Noch weiter. Du brauchst mehr Seil. Noch mehr, warte. Okay. Kann das gehen? Mach mal noch mehr Seil. Ich weiß nicht, wie viel Seil du kriegen kannst, aber ich glaube, du könntest damit auf die andere Seite kommen, so. Mehr Seil. Kletter weiter runter. Weiter runter. Noch weiter? Weiter runter, runter, runter. Mach mal weiter runter. So. Das könnte funktionieren. Wie weit kannst du runter? Damit du noch schwingen kannst. Kletter mal weiter runter. Ja, das könnte gehen. Ja, okay. Du brauchst noch mehr Seil. Du brauchst viel, viel mehr Seil. Warte mal. Weiter, weiter, weiter nach unten. Komm, ich kann nicht mehr. Je nachdem. Ja! Das könnte jetzt funktionieren. Na, komm, oder? Kriegen wir noch Schwung? Geht ein Schwung leer? Ja. 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 Ja, das ist gleich. Nein! Da war es gerade. Ja, das war sehr krass. . Nochmal. Nein! Okay, warte. Das gibt's doch nicht. Okay, nochmal. Jawoll! Perfekt! Und jetzt... Jetzt komm ich von der anderen Seite. Warte. Was? Na komm, spring! Und jetzt kletter ich mich hoch. Yeah! We did it. Nice. Weiter geht's. Hä? Ah! Wieder schwingen. Verstehe. Ja. Was machst du? Ich... Komme grad... Ich komm! So, und jetzt von hier aus... Achso. Okay, nochmal ein bisschen. Ja. Gut. Da! Du brauchst vielleicht noch ein bisschen mehr Seil? Es kann sein, ja. Warte mal. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter nach unten. Hä? Als ob das immer noch nicht geheilt ist. Na? Also eigentlich müsstest du ja dran kommen. Okay, dann machen wir's noch ein bisschen. Das war zu viel. Ja. Das ist ja zu wenig. Willst du die Phasen? So, eigentlich jetzt. Kannst du nicht irgendwie A oder so drücken? Zum Fest... Heben? Da drück ich grad die ganze Zeit drauf. Ah. Hä? Oh, warte mal. Steuerung. Äh... Wo war das jetzt? Äh... Steuerung ist das dritte. Ach, bei mir ist... Warte mal. Ist bei dir auch grad das Zeichen wiederhalte? Die Escape-Taste gedrückt, um die Remote-Sitzung zu steuern? Nein. Oder hast du das weggebracht? Ich hab nichts gemacht. Du hast das nicht mal. Warum hab ich das nur im Stream, hä? Was willst du denn grad wissen eigentlich von der Tastatur her? Ne, sag mal. Äh... Bei mir... Ich weiss nicht, ob du... Ich bin jetzt unsicher, ob du das bei mir siehst. Oder vielleicht im Stream das mit dem Steam-Logo hinten. Mit dem Steam-Logo hinten? Ich bin grad nicht in deinem Stream drin. Ah, äh... Das müsstest du auch mal gehabt haben. Ich weiss nicht. Warte mal. Ah, warte, warte, warte. Warte kurz. Hm. Kannst du die Steuerung sehen? Da. Okay. Ich hab auch keine Ahnung, wie das weggehen soll. Okay. Tastatur. Hinweis gehen. Okay. Ja, warum? Ah! Ah! Okay. Kontrolle ist einfach ausgegangen. Hm. Probieren wir's nochmal. Ah! Okay. Und... Hä? Weiß nicht, musst du vielleicht das, was du grad machst, dann loslassen, sobald du oben bist? Oder du musst mitbringen. Weiß es nicht. Bezweifle ich eigentlich, weil das sagt, wenn jemand anderes am Klettern ist, kann der andere in der Zeit auch schwingen, sagt das. Ich drück halt alle Knöpfe, die ich hab. Hm. Moment. Ich mach gleich mal. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt so blöd bin. Das hab ich ja noch vor einanderliefen Wochen gespielt. Aber versuch gar keinen Knopf zu drücken, wenn du dran gewippt bist. Dann... Also, wenn ich jetzt gar nichts drück, dann bewegt das hier nur hin und her. Ja. Ne, sobald du an den Ranken vorbeikommst, nichts mehr drücken, weil der hält sich ja normalerweise automatisch an den Dingern so richtig fest, wenn ich das grad gesehen hab. Oder wenn du einmal... Da guckst. Ah. Okay. so, dann kann ich mich jetzt lang schwingen. So. Komm her. Dann komm ich rauf. So. So, jetzt muss sich einer wieder schwingen. So, kletter mal runter. So. Dann... Warte, ich schwing... Warte, warte, warte. So. Ups. Äh, ein bisschen hoch. Warte, 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 warte. Das ist ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu wenig. Noch ein bisschen mehr. So. Nein. Ach. Das ist viel zu viel. Ist das wie so ein nasser Sack? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Okay. Warte, dann nochmal rauf. So, und jetzt probier's nochmal. Ah. Ich glaub, ich hab... Warte, 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 warte. Ich hab's, glaub ich. Warte. Einmal kurz wieder auspendeln. Ha! Jetzt kannst du loslassen. Okay. Okay. Okay, wir können von selbst schwimmen. Okay. Ja, da kann man nicht untergehen. Das ist mal das eine. Beim ersten Teil gehst du unter, beim zweiten irgendwie nicht. Hey, warum geh ich unter? Sagte er. Bin ich jetzt untergegangen? Weiß ich nicht. Kommst du? Aber, hallo? Ich komm nicht mal weiter. Controller? Ah, okay. Controller hatte keine Lust mehr. Darum bin ich untergegangen. Hä? Ah, jetzt bin ich wirklich wieder... Drücke um die Zeit... Ach, diese Zeitlupe, die hab ich nie verstanden. Seit dem Spiel hab ich jetzt irgendwie nie verstanden. Huch! Okay. Gib ich da ja gemein und ihren Schar und sie kommt da nicht rauf. Na doch! Oh Gott! Weiß nicht. Kannst du dich irgendwie von mir wieder trennen? Ja, kann ich. Warte. Du kannst dich ja von mir trennen. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. So und jetzt... Ah, in den. Eimer. Oh, danke! Okay, wir sind draußen. Ist das noch das Tutorial dann? Ist der Leichkrank. So. Sozusagen unser... Unser Gebiet. Oder besser gesagt, da wo die ganzen Welten aufkommen dann. Okay. Ah, okay. Das ist dann der Leuchtturm. Gut. Genau. Da werden jetzt... Da wird's glaub ich aufgeteilt mit Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 und halt so weiter. Okay. Aha. Spannend. Genau. Und es gibt dann so Puzzleteile, die machen da jetzt diese Bilder aus. Aha. So. Okay, aber ganz ehrlich Patschi, ich muss ins Bett. Kann ich noch irgendwie speichern oder so? Oder speichert das von alleine? Da bin ich mir jetzt... Also, letztes Mal, wo ich es mit Hanami gezockt habe, speichert der das anscheinend je nach Kapitel. Okay, also ich hoffe... Also dadurch, dass wir jetzt beim Leuchtturm an sind, denke ich mal ganz stark, dass er beim Leuchtturm gespeichert hat. Dann müsste er jetzt beim Leuchtturm gespeichert haben, ja. Eigentlich schon. Okay. Ich bin echt müde. Okay, dann müsste das jetzt gespeichert haben. Sollte eigentlich... Verstehe ich jetzt auch so. Speicherplatz... Spiel fortsetzen... Ja, sollte funktionieren. Ja, okay. Gut. Okay. Okay, okay, okay. So. Dann. Oh. War auf jeden Fall lustig. Ich guck mal, wann ich das nächste Mal, wann ich wieder Zeit habe. Für was zusammen machen. Ja, ich hoffe natürlich nicht erst in einem Jahr. Nee. Kriegen wir schon hin. Gucken wir mal. Ja, aber... So. Ja? Das kriegen wir sehr hin. Ich weiß ja nicht, wann du wieder frei hast oder... Also rein theoretisch arbeite ich jetzt dann wieder vier Tage und dann habe ich wieder fünf Tage frei. Also sollte eigentlich schon klappen. Ah, okay. Weil du weißt ja, bei mir ist das jetzt anders wegen der Arbeit, weil ich bin ja umgezogen und allem darum. Mhm. Darum kann ich mir das dann, glaube ich, mit der Arbeit aufteilen am Abend. Ah, okay. Na dann. Ja, wir quatschen auf jeden Fall nochmal. Oder wir schreiben je nachdem nochmal drüber. Genau. Ja, sicher. Das können wir ja auf Discord. Ja, gut. Okay, wir haben auf jeden Fall geregelt. Ich klär's mit dir morgen ab. Ja, wir haben das Pigouin Game. Hä? Wir haben jetzt das Pigouin Game da. Yay. Leider nicht auf 100%. Ja, toll. Finde ich jetzt mal nicht so schlimm, sagen wir es so. Ah, Kiwi, du hättest auch gerne die 100%. Nee, absolut nicht. Echt? Nee. Also 100% jucken ich im Spiel relativ wenig. Okay. Also ganz ehrlich, nö. Aber du bist froh, dass wir es halt doch gespielt haben. Ja, wir haben es durch. Hippie. Obwohl du geschummelt hast. Was? Ich habe nicht geschummelt. Halbwegs. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe nie geschummelt. Das sind alles Lügen. Beweise ich von mir. Du weißt, dass man das nachgucken kann. Hä? Ich... Ich weiß nicht. Komm nur nicht auf dumme Ideen.